Part 3 Leute, und ihr könnt jetzt gerade dich sehen, deswegen ist einer von Zornbis gespawnt und hier sind seine Sachen. Ihr seht, ich hab auch Rapid2Face, aber auch im Moment. Ich mach mal kurz kurz kurz, bis er da mal wieder kommt. Und wir sehen uns dann gleich. Verstecken und töten. Hallo meine Freunde, ich bin's wieder mal wieder. Also er ist wieder da und es sind gerade die Frauen vor mir. Ihr seht so viele Zornbis gespawnt. Ich bin nicht hier. Ich bin gleichherzig, da kommst du jetzt zu hinten. Ich muss aber schon nicht. Montag ist aber schon. Komm. Lauf mal. Lauf mal. Oh, ich guck mich nicht. Oh, hier. Oh, Leute. Kiegel. 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 Wenig Munition. Aber ihr habt Action. Und ihr schraubt sehr viele Schüsse. Ja, ihr auch. Lebens du noch? Ja. Ich komm dann mit einer Minifant. Stop, 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 warte. Nimm 9 MM und Kostümmunition mit. Ich glaub nicht, dass das was passt. Ich will hoch. Wo das noch aufhören? Nimm mal ein Medik-Kippe, das war so ein Boomer, wenn man den U-Ko da ein, nein, das explodiert. Es gibt verschiedene. Es gibt einen Seen-Boomer, pass auf, das Bomber, das explodiert. Es war jetzt, das sind Boomer, das sind Boomer, die haben über, so Schleim auf sich und wenn ihr die Kippt, boom. Uuuuh, das war ja 5 Kranat auf einer Stelle explodiert. Voll brutal. Hier ist ein Desert Pack, ich habe noch neue Sachen gespawnt. Hey, lass mir ein bisschen Munition mit, bitte. Hey, lass mir ein bisschen Munition mit, bitte. So, Schleim, ich sag dir, Medik-Kippe, wir haben gerade volle Glück, ich schreibe. Uuuuh, es waren so viele Zofies, ich wirf alles mal, kommt die Kopp noch. Medik-Kippe! So, 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 so. Oh, schleim! Ja mal eine Schapke-Medik-Kippe! Ja mal eine Schapke-Medik-Kippe! Ja mal eine Schapke-Medik-Kippe! Ich muss sterben. Ich kann noch ein bisschen mit Ding spielen mit meiner Taschenlampe, aber... Ich kann... Ich werde... Okay... Ich möchte ein bisschen von... Eee... Bist... Ich habe die Ja ich habe denazione, die ich aus. Da kommt ein Spieler zu mir! Ja, da kommt ein Spieler! Ich warte noch mal Pause. Juri, ich wurde quasi geschleudert! Oh, dann bin ich noch mal wieder! Es geht weiter, der DERMA wurde alle umgepaucht und ich bin auch gestorben in diesem Scheiß Brümer. Ich geh ins Gefängnis zurück, ich finde den Nächsten! Das ist kein Gefängnis! Junge, das ist ein... Zoom in the Play schon wieder verrückt! Ich fliege die ganze Zeit wenig! Ich will jetzt eine Kirche därmer! Okay, warte dort! Ey, der soll mit dem Ding alles zubauen! Mit den Sachen! Eine verfolgt mich! Hä? Was ist denn da los? Ja, Mann! Hilfe! Hilfe, der Mann! Ich bin gerade hier! Ich bin gerade nicht da! Ich habe meine Fon. Das ist ein Problem. Ich habe die Fon. Ich mache sie wieder. Ich habe sie mit einem Teufel gefeiert. Ich bin auf der Militärbasis gestartet. Bist du ein Safe Zone? Bist du ein Safe Zone? Ja. Ich bin gerade selbst gestoppt. Ich gehe kurz in der Stelle, wo wir vorhin gekämpft haben. Vielleicht sind da Sachen gespawnt. Weil wenn einer Sachen spawnt, spawren die wieder. Ich muss nur in uns betreuen, der Tobas. Der Tobas ist da. Juh, da sind Sachen gespawnt. Juh, da sind geile Sachen gespawnt. Alice Pack. Sandpacks und deine Landmine ist immer noch da. Ich fach deine Landmine. Direkt vor Lauf. Gut, jetzt kann ich noch öfters noch. Medikit. Juh. Ey, ich habe gerade voll die geile Erzsachen. Ich ziehe schnell. Angezogen. Du bist doch gerade attackiert. Ich nehme Sachen mit. Zur Heilung. Ich bin wieder in der Kirche. Gut, ich komme schnell zu dir. Ich bin wieder in der Kirche. Aber, ey. Ich schütz schon mal. Baue das nicht mehr zu. Ich bin wieder in der Kirche. Ich bin wieder in der Kirche. Ich habe wieder ein paar Sachen gespawnt. Ich bin wieder in der Kirche. Ich bin wieder in der Kirche. Wer hat deine AK gelassen, um meine Ding zu nehmen? Humanis Gatsch, nina. Ja, na, ich geh grad echt so. Ich bin da schon. Jungs, der eine, der hat mich gekillt, hat seine AKM zurückgelassen, damit er mein Ding nehmen kann. Ja, aber ich bin grad ne, wirklich ne, kisch. Ich geh grad echt so. Kann ich, kann ich auch, wo du mir, dass er bald ist? Ja. Vielen Dank. Ich glaube, da ist gespunnt in so'n Typ. Ja. Ich glaube, da ist gespunnt in so'n Typ. Ja. 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 Ja, der ist durch die Wartelung so umgebracht. Ja, das ist Alexander. neugierig ich denke der bürger und hat nie zu tun Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020